Was geht Leute und herzlich willkommen zurück zur MyTeamKarriere. Die zweite Saisonhälfte beginnt heute mit neuen Fahrern hier in der Formel 1, mit einem neuen Teamkollegen an unserer Seite, mit Mick Schumacher. Was für neue Fahrer am Start sind, werden wir jetzt erst sehen. Das ging in der letzten Folge nicht, falls ihr euch erinnert. Somit wird dieses Ergebnis hier die erste Möglichkeit, das mal anzuschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich alles erkennen werde, weil ich echt nicht so genau auswendig die Fahrerpaarung im Kopf habe, da weiter hinten. Richard Fershaw ist auf jeden Fall am Start aus der Formel 2, ist jetzt bei Williams, ersetzt dort Lundgatt, der zurückgetreten ist. Mick Schumacher bei uns, Drogovic bei Haas, Dan Ticktem kehrt zurück. Der war schon mal irgendwann mit dabei, der fährt jetzt für AlphaTauri. Piestri, der war zwischenzeitlich auch weg, ist jetzt bei Alfa Romeo. Daruvala ist wieder da. Also der ist auch irgendwie mal da, mal nicht, ist jetzt, wo ist der? Bei Aston Martin, da war der schon mal, oder? Aber jetzt zuletzt nicht, also das ist ganz skurril bei ihm. Und Robert Schwarzmann bei Alpine, war das schon so? Ich glaube, das könnte schon so gewesen sein. Auf jeden Fall einiges, was da durcheinander gemischt wurde. Vor allem wahrscheinlich durch den Wechsel von Mick Schumacher. Latifi hat leider keinen Platz in der Formel 1 bekommen. Wahrscheinlich aber auch verdient, muss man sagen. Für die erste Rennhälfte heute ist leichter Regen vorhergesagt. Das sieht man hier jetzt nicht, aber in der anderen Vorhersage war das der Fall. Somit ist das Qualifying umso wichtiger. Man will nicht im Regen irgendwo mitten im Feld starten hier in Baku. Auf keinen Fall. Ein bisschen Windschatten vielleicht nochmal von Magnussen da vorne. Auf Start und Ziel. Die Runde war noch nicht so der Knaller. Aber die gute Nachricht ist, dass das Feeling im Auto echt gut ist. Ich habe das Gefühl, dass wir schnell sein können, wenn es gleich besser gelingt. Das Auto gibt das her. Und das ist ganz entscheidend auf so einer Strecke wie Baku. Da muss man dem Auto einfach vertrauen können. Um irgendwie ansatzweise schnell zu sein über die Linie. Ja, noch nicht so toll, wie zu erwarten war. Aber da geht mehr. Oh yes, viel, viel besser. In etwa eine Sekunde schneller. Perfekt war das immer noch nicht. Aber wichtig, die Verbesserung jetzt zu schaffen. Man möchte nicht alles voll auf eine Runde setzen müssen dann gleich. Und ich glaube, das wird uns gut nach vorne bringen. Sodass dann nicht der Riesendruck da ist in der letzten Runde. So ist es. Position 4 zwischenzeitlich. Mick ist auf 2 unterwegs aktuell oder positioniert. Aber nicht weit vor uns. Den können wir vielleicht besiegen. Das wäre natürlich schön. Man möchte nicht von seinem neuen Teammate im ersten Qualifiering geschlagen werden. Noch eine Minute. Bis zum nächsten Mal. Oh, richtig gut. Noch mal zum Abschluss. Mit Abstand die beste Runde des Wochenendes. Das könnte eventuell sogar in Richtung Pole gehen. 6 Zehntel Verbesserung noch mal. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel drin steckt. Aber die Verbesserung wird auch wichtig sein. Platz 6 aktuell. Nur lila allerdings in den ersten beiden Sektoren. Ist das die Pole Position hier in Baku? Ja. Es ist die Pole in Baku. Come on. Sehr, sehr cool. Und so eine gute Runde auf dieser Strecke. Macht echt viel Spaß. Die hier war gut. Yes, Mann. Nicht von Mick besiegt worden im ersten Qualifying. Platz 5 ist es nur für ihn am Ende. Platz 6 meine ich. Platz 5 ist es für Sebastian Vettel. Den weiteren Deutschen hier im Feld. Nicht schlecht, Mann. Was heißt nicht schlecht? Richtig geil. Sehr, sehr gutes Qualifying. Zwei Zehntel Vorsprung auf Norris. Gasly nur knapp dahinter. Stroll und Vettel so gut wie zeitgleich. Mick auch nicht weit weg. Nur eine halbe Sekunde nah dran an den anderen Spitzenjungs hier. Deutlich besser als Latifi schon mal. Und ich meine, das ist erst der Anfang. Das war sein erstes Qualifying mit diesem Auto hier. Also das ist schön zu sehen. Die Ferrari ist ein bisschen ernüchternd. Nachdem es da ja echt voll bergauf ging in letzter Zeit. Das wird schwierig für die beiden von so weit hinten. Äh ja, nicht vergessen, dass es regnen soll im Rennen. Das wird es halt echt schwer machen. Deshalb ist diese Pole aber so wichtig. Die wird schwer zu halten sein im Regen. Das ist ganz, ganz klar. Aber das macht es zumindest schon mal leichter, sich aus dem ganzen Chaos rauszuhalten. Sich nicht direkt Schaden einzufangen. Und es soll auf jeden Fall auch eine Zeit lang im Rennen dann trocken sein. Gegen Ende oder gegen Mitte des Rennens. Somit ist das sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass das auch am Ende der Sieg werden kann hier in Baku. Es wäre wichtig in der WM. So allmählich droht Norris da nämlich ein bisschen wegzulaufen vorne. Da ist der vorhergesagte Regen. Oh Mann, das ist mit die letzte Strecke, auf der man das haben möchte. Aber es soll relativ früh trocken werden. Dann natürlich auch immer die ganz spannende Entscheidung, welche Reifen man wählt für den zweiten Stint. Die wird dieses Rennen vermutlich entscheiden. Jetzt im ersten Stint. Es ist gar nicht mein Ziel, unbedingt hier vorne zu bleiben. Das wäre genial. Ich fürchte allerdings, dass es schwer wird. Es muss einfach gelingen, nicht zu weit zurückzufallen hinter Norris. So dass wir im zweiten Stint, wenn es trocken ist, dann ordentlich angreifen können. Und möglichst um den Sieg fighten können. Oh, Grid strafen übrigens bei Lance Stroll. Mick somit eine Position weiter vorne. Die Einführungsrunde kann man jetzt vielleicht so ein bisschen dafür nutzen, um die Bedingungen kennenzulernen. Um ungefähr den Eindruck davon zu haben, wie viel Grip da ist, was so die besten Bremspunkte sind. Das ist ja immer ganz, ganz schwierig in den ersten paar Runden, wenn es zum ersten Mal regnet an einem Wochenende. Und wenn das dann im Rennen der Fall ist, auf einer Strecke wie Baku, dann gibt es echt Leichteres. Rein geht's in die Startaufstellung. Das war eine ziemlich zügige Einführungsrunde. Einfach, weil ich gucken wollte, was so möglich ist. Und es geht klar, muss ich sagen. Es ist nicht unfassbar wenig Grip da. Sind ja auch nur Intermediate-Bedingungen. Jetzt sind wir zwar deutlich vor allen anderen in der Startaufstellung, aber ich glaube, das ist egal mit diesen Reifentemperaturen. Ich habe das zwar immer versucht, das so realistisch zu sagen, dass die dann runtergehen, wenn man hier ewig steht in der Startaufstellung. Aber ich glaube, das ist egal hier im Game. Die werden jetzt einfach so gelockt, wie sie sind. Egal, wie lange man hier steht. Konzentration auf den Start. Der wird schwer. In Australien ging es für uns ja auch. Von der Pole aus in einem Regenrennen an den Start. Da ist der Start gut gelungen. Da ist es gelungen, die Pole für eine Weile zu verteidigen. Hier offensichtlich nicht. Norris hat es ein bisschen besser gemacht. In noch absolut kein Desasterstart für diese Bedingungen. Und jetzt einfach nah dran bleiben an Lando. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, zu kontern hier im Regen. Aber der wird auch nicht so lange bleiben. Das ist echt solide. Was jetzt halt bloß nicht passieren darf, ist, dass Lando sich unfassbar weit absetzt. Und dass wir ihm dann auch noch helfen, indem wir alle anderen aufhalten. Das möchte ich gerne vermeiden. Boah, Verstappen schon vor auf die 5. Wow. Was für ein Start von ihm. Mick ist leider ein bisschen zurückgefallen. Das Problem gegen die KI im Regen ist halt immer, dass die von Anfang an das Limit kennt. Ich habe keine Ahnung. Man muss sich da so ein bisschen rantasten. Deshalb ist diese erste Runde natürlich schwierig. Lando ist schon zwei Sekunden vorne. Boah, Versuch jetzt von Gasly hier auf. Start und Ziel. Der ist zu Beginn da gerade schon sehr nah dran. Was macht der Topspeed jetzt? Oh, also dafür, dass er da so gut im Windschatten dran ist, ist das gar nicht mal so langsam. Lando, fast vier Sekunden Vorsprung in nur einer Runde. Wow. Das ist ein bisschen schmerzhaft viel, auch wenn ich echt nicht viel erwartet habe in diesen Bedingungen hier. Ei, ei, ei. Bitte, bitte wird das schnell trocken. Gasly ist auch durch. Oh, fährt hier aber so ein bisschen geradeaus. Oh, sei, ei, ei, Pierre. Ah, schlechter Ausgang jetzt da durch. Aber Tsunoda kann es nicht ausnutzen, so wie es aussieht. Windschatten auch auf Gasly. Das hilft natürlich in der Situation. Yuki jetzt allerdings in. Traut sich das spät an zu bremsen. Das sollte er allerdings nicht schaffen da innen, oder? Nein. Es ist der Wahnsinn, wie schnell die im Regen sind und wie schnell die da klarkommen. Sechs Sekunden Rückstand auf Lando. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das hier fatal ist. Ich finde das solide bisher jetzt. Ohne große Fehler oder so. Auch nicht fürchterlich langsam. Aber offensichtlich ist es fürchterlich langsam im Vergleich zu den anderen Jungs. Oh, das ist schon bodenlos. Ich probiere hier mein aller, aller Bestes. Und das reicht gerade mal, um acht Sekunden nur Rückstand zu haben auf Lando. Nach zwei Runden. Wer hier natürlich wieder eine neue Bestzeit raushaut, versucht jetzt von Tsunoda auf Start und Ziel. Ich möchte das alles gar nicht zu sehr verteidigen. Wir sind eh schon langsam genug. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt noch ewig Zeit zu verlieren mit solchen Duellen. Oh, Tsunoda jetzt gegen Verstappen da hinten. Max scheint eine weitere Position gut zu machen. Obwohl noch nicht. Doch, Rad an Rad gehen die beiden gleich hier in Kurve 3 hinein. Das wird uns natürlich einen kleinen Puffer erst mal verschaffen. Das ist eine nette Sache. Und Max wird das auch früher oder später schaffen. Der ist echt wahnsinnig schnell. Kommt sehr gut rein in dieses Rennen hier. Nach einem gar nicht so tollen Qualifying. Platz 4 schon für ihn. Die Strecke wird bald wieder trocken sein, meint Jeff schon. Das hört man sehr gerne. Max ist schon dran an seinem nächsten Opfer. Gegen ihn möchte ich dann doch gerne ein bisschen zumindest was versuchen. Der kann nämlich auch in der WM echt gefährlich werden. Hat da ordentlich Punkte gut gemacht in letzter Zeit. Oh, ich bin echt gespannt auf die Reifenwahl dann im zweiten Stint. Beim letzten Regenrennen in Melbourne war das ja die Entscheidung, die uns vielleicht den Sieg gekostet hat. Zumindest war es keine optimale Entscheidung dort. Heute muss das besser gelingen, um auch nur den Hauch einer Chance noch gegen Norris zu haben. Das wird vermutlich relativ früh aufhören. Innerhalb der ersten 10 Runden des Rennens noch schätze ich. Und dann, was macht man dann? Die einzigen Optionen sind entweder Soft Soft oder Mediums, denke ich. In Australien war diese Soft Soft richtig gut. Aber wie ist das hier auf so einer Stadtstrecke? Ich habe keine Ahnung. Boah, Max macht da richtig Druck. Und der macht da vorne einfach weiter. 49 als schnellste Rennrunde. Wir hauen jetzt vielleicht mal die erste 51 raus, wenn es gut läuft. Das ist ja immer noch meilenweit entfernt davon. Ja, nicht mal. Mit 52 0 ist es und ich gebe hier mein aller allerbestes. Ach, das ist so deprimierend. 12 Sekunden schon. Der Regen hat bereits aufgehört. Wie schnell trocknet diese Strecke nun? Bitte sehr, sehr schnell. Das wäre gut. Alternative Strategie schon von Jeff. Jetzt schon direkt? Oder was? Das würde mich fast ein bisschen überraschen, weil doch noch einige Pfützen auf der Strecke sind. Hier sieht man es auch ganz gut. Ja, nee. In der nächsten Runde, hä? Oh Mann, auf dich kann man sich echt nicht verlassen. Und Medium, Medium ist auch Quatsch. Also das sehe ich nicht so ganz. Das einzige, was in Frage kommt, ist Soft Soft oder Mediums und Durchfahren. Vielleicht Medium Soft, wenn es sein muss. Wir wechseln einfach mal auf die Mediums jetzt beim Boxenstopp. Die Jungs vorne kommen auch rein. Danke, Jeff, dass du sagst Runde 6. Und es ist jetzt in Runde 5 schon Zeit. Gelbe Flagge auf der Strecke, oder? Irgendwas muss da passiert sein. Ja, jetzt ein Safety Car wäre natürlich ganz interessant. Ah, hier, einer der Alpha Tauris rollt aus, weiter hinten im Feld. Ich war gerade total verwirrt. Wer von beiden ist das? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer da fährt so ganz. Ich bin voll komplett durcheinander mit diesen ganzen Fahrerwechseln da hinten im Feld. Ah, der Enttick dem war es, der jetzt zurückgekehrt ist in die Formel 1. Die Mediums gehen bei uns ans Auto. Im besten Fall gelingt es, mit denen durchzufahren. Das wird jetzt mal ursprünglich das Ziel sein. Falls es nicht möglich ist, dann muss man sich da natürlich eine Alternative überlegen. Ich bin echt erstaunt darüber, dass das schon Zeit sein soll für Slicks. Die Strecke ist schon noch ordentlich nass, aber die meisten stoppen. Also ist das offensichtlich eine gute Entscheidung. Puh, wirklich viel Grip ist aber noch nicht da. Vielleicht wäre es echt besser gewesen, noch eine Runde zu machen, so wie Jeff es vorgeschlagen hat. Aber ja, so dass ich mich nicht auf den verlasse, ist glaube ich auch logisch. Und vor allem waren Lando und Ghazi vorne drin vor uns. Dann folgt man denen natürlich auch. Alles andere, das macht man in der Situation einfach nicht. Ja, aber das ist gerade echt nicht geil. Es ist auch so, dass Fershow auf den Intermediates vorne schneller ist. Sainz hat jetzt schon aufgeschlossen. Mann, das geht mir auf den Sack, wie gut diese KI in solchen Bedingungen ist. Man kann da nichts machen, Mann. Ich gebe hier alles, Alter. Und die nehmen einem 50 Sekunden pro Runde ab. Ja, genau. Zieh da vorbei, Vollgas. Als wäre er voller Grip da. Ganz, ganz toll. Ich will die gerne mal mit so einem Grip sehen, wie wir ihn haben. Alter, bodenlos. Leck mich. Mann, da ist Verstappen. Man kann nichts machen. Man kann nichts machen. Die fahren hier gerade gefühlt auf einer trockenen Strecke. Wirklich. Keine Chance, das so raus zu beschleunigen, wie die. Das absolut nicht. Rat in Rat jetzt mit Verstappen in diese Ss hinein. Das möchte man auch nicht unbedingt. Vorsichtig, dem da nicht reinzukrachen. Ja, Alter, willst du mich komplett verarschen eigentlich? Was ist das denn? Konter gegen Vettel jetzt vielleicht immerhin in Kurve 1 hinein. Er kann da spät bremsen. Jetzt trocknet die Strecke. Aber immer mehr. Da sieht man es mal. Wenn man sich einmal versucht, ein bisschen mehr zu trauen. Beim Rausbeschleunigen, dann passiert sowas. Was machst denn du da? Das war auf jeden Fall mal mutig von Oskar. Er hätte aber sogar funktionieren können. Ja, okay. Das sah irgendwie aus unserer Perspektive ein bisschen schlimmer aus. Erneuter Angriff jetzt vom Australier. Von unserem Ex-Teammate außen in Kurve 3 hinein. Das DHS ist mittlerweile jetzt auch mal aktiviert. Oh, und der geht da noch innen rein. Ei, 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 ei. Oh. Puh, durchatmen. Ich will das gerade nicht mehr, Mann. Was ist denn das? Ja, es ist... Mir fallen da gar keine Worte ein. Man wird völlig auseinandergenommen. Aber es... Ja. Also ich kann nicht so schnell fahren wie die gerade. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Und wir standen hier auf der Pole an diesem Wochenende, ne? Also die Pace ist schon da eigentlich. Ich kann diese Strecke schon fahren. Ja, jetzt ist endlich mal so ein bisschen Grip da. Na, super. Danke, dass das bei uns fünf Runden länger gedauert hat, als bei der KI gefühlt. Ja, ja. Also jetzt sind das trockene Bedingungen. Da gibt es keine Ausreden mehr. So ein paar Regentröpfchen, Wassertröpfchen sieht man zwar noch auf der Kamera, aber nun geht es wirklich klar. Jetzt ist endlich mal Attacke angesagt. Lando ist über alle Berge. Gasly wird auch schwer. Aber zumindest das Podium ist eventuell noch erreichbar. Der ist jetzt auch auf PS3. Gibt das schon den Konter jetzt auf der zweiten, der ist gerade. Ja, das sieht ganz gut aus. Bitte lenk dich auf uns ein oder so. Nein, da ist alles clean, alles fair. Und es geht endlich mal wieder in die richtige Richtung hier in diesem Rennen, nämlich nach vorne. Das ist ein ganz schönes Grüppchen hier vor uns. Rund um Fastapen, der zweite Ferrari von K-Mac ist da auch unterwegs. Da kann es also dann ordentlich nach vorne gehen, wenn wir mal dran sind an den Jungs. Neue schnellste Rennrunde jetzt vielleicht? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Grün im ersten Sektor, Lila im zweiten, neue Bestzeit. Ja, also wo war die Pace vorhin? Ich weiß es nicht. Ich kann eigentlich im Regen fahren, Mann. Das sieht hier in dem Spiel nie so aus, weil die KI einen so auseinander nimmt. Aber in anderen Spielen war das nie ein Problem. Das ist einfach geisteskrank schwer, da mitzuhalten. Jetzt, sobald es trocken ist, ist die Pace aber sofort wieder da. Lila auch direkt im ersten Sektor. Come on, noch nicht aufgeben dieses Rennen. So ein Safety Car ist auch nicht unwahrscheinlich in Baku. Das macht es natürlich dann nochmal richtig spannend, auch im Hinblick auf Norris. Magnussen mit Problemen an seinem Auto. Das ist interessant. Eventuell hält der Max ja so ein bisschen auf. Ah, ne, leider nicht. Verstappen ist schon vorbei hier auf Start und Ziel. K-Mac versucht aber zu kontern, so wie es aussieht. Wieder eine neue Bestzeit. Im Trockenen macht hier echt niemand was gegen uns. Verstappen ist durch und Magnussen verliert ordentlich Zeit. Ah, Mann, und den haben wir jetzt genau hier im Mittelsektor. Genau im Castle vor der Nase. Da, wo man absolut nicht überholen kann. Ah, ärgerlich. Das kostet ein bisschen Zeit. Jetzt vielleicht vorbei an K-Mac. Schlau wäre das nicht, aber es würde halt schnell gehen, ohne noch mehr Zeit zu verlieren. Aber, ne, so ganz egal ist mir das Rennen dann auch wieder nicht. Und zwar absolut nicht. Abhängig davon, was die anderen Jungs für eine Strategie machen, kann sogar noch richtig was gehen. Auch eventuell in Richtung Sieg. Ich denke nämlich mal, dass die diese Medium-Medium-Strategie anpeilen werden, die Jeff uns auch vorgeschlagen hat. Aber auf die habe ich nicht so Bock. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass es möglich ist, jetzt durchzufahren. Und dann ist natürlich sofort auch der Sieg möglich, wenn die alle noch einen extra Stop machen. Oh, Verstappen jetzt gegen Sainz ganz aggressiv in eine Kurve 1 hinein. Die beiden Ex-Team-Kollegen ja aus dem Real Life in deren beiden Rookie-Saisons damals, 2015. Und das kostet ordentlich Zeit. Hätte Max auf jeden Fall an einer clevereren Stelle machen können, probieren können. Schneller ist er nämlich auf jeden Fall, aber so ist das nicht gerade so sinnvoll. Jetzt sind wir nämlich direkt dran und haben schon das DAS auf Carlos. Vorbei jetzt am Spanier hoffentlich hier auf Start und Ziel. Hat der noch das DAS auf Verstappen? Ich denke nicht. Oder Max ist schon wirklich viel schneller gewesen, konnte sich gut absetzen im Laufe dieser Runde. Oh, und die kommen auch so oder so an die Box. Genauso wie zu Noda. Na gut, das war mir fast klar, dass die KI so blöd ist, um das nochmal zu probieren. Wir werden es durchziehen mit diesen Mediums. Das wird nicht geil am Ende, aber es wird so auf jeden Fall ein besseres Ergebnis möglich sein, als mit einem weiteren Boxen-Stop. Und mir ist das auch völlig egal, wie wir hier nach vorne kommen in diesem Rennen. Nach allem, was in der ersten Rennhälfte passiert ist, nach Brasilien vor allem, möchte ich einfach irgendwie ein gutes Ergebnis. Egal wie. Und dafür ist die Strategie auf jeden Fall das Richtige. Auch Norris ist nochmal drin. Gazi wird das ebenfalls tun. Und auch George. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gegen Norris wird das wahrscheinlich aber nicht mal reichen. Der ist so unendlich weit vorne, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das weniger als ein Boxen-Stop ist. Ne, ne, der fährt jetzt schon in Richtung Boxen-Ausfahrt. Wird vorne bleiben und wird dieses Rennen wahrscheinlich gewinnen. Was natürlich bitter ist nach einem Start von der Pole aus. Aber immerhin sieht es mit Platz 2 ganz gut aus. Den haben wir jetzt zwischenzeitlich. Und solange die Reifen halbwegs halten, sollte das auch kein Problem sein, das ins Ziel zu bringen. Boah, Norris hat sieben Sekunden Vorsprung. Somit hatte der einen kompletten Boxen-Stop plus sieben Sekunden vorhin. Das ist echt unfassbar. Den schlagen wir nur noch mit einem Safety-Car oder wenn er ausscheidet. So von alleine natürlich nicht. Puh, Gazli ist schnell. Das wird nicht so easy, diesen zweiten Platz ins Ziel zu bringen. Insbesondere, wenn diese Reifen jetzt immer schlechter und schlechter werden. Boah, ich würde sogar fast behaupten, das wird unmöglich sein, wenn der da gleich mit dem DAS angeschossen kommt. Ah, wird's schwer. Ja, es sei denn, der Topspeed vom Tauri ist wirklich ganz schlecht. Aber davon gehe ich nicht aus. Zumindest ist dahinter eine relativ große Lücke. Also das sollte dann gut gehen auf Platz 3. Jetzt wird's auch schon den ersten Angriff geben von Pierre hier auf Start und Ziel. Der kommt so schon richtig gut ran, nur mit dem Windschatten. Wenn dann noch der offene Heckflügel ins Spiel kommt, dann macht man hier auf dieser Strecke leider nichts. Baku ist halt eine dieser Strecken, auf der man sich nicht wirklich verstecken kann, wenn man langsamer ist. Da wird man dann einfach eiskalt zerstört auf der Gerade. Oh, Chance zu kontern, aber wow, das war cool. Ghazli hat innen dichtgemacht, damit wir nicht die Chance haben, um nochmal zurückzuschlagen. Und dann gelingt es über außen in Kurve 1. Sehr geil. Vermutlich hat das Ganze aber nur das Unausweichliche ein bisschen aufgeschoben. Oder nächster Versuch von Ghazli. Wieder easy vorbei hier mit dem DAS. Nun können wir uns aber in Windschatten hängen, um vielleicht dasselbe zu probieren wie in der Vorrunde. Boah, das klappt tatsächlich. Ey, der bremst da voll früh jedes Mal in. Wenn das immer so läuft, dann kann es echt gelingen. Nun aber auch der Angriff auf der zweiten DAS gerade. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, hier außen zu bleiben. Glaube, dass man da bessere Karten hat, um zu verteidigen, weil das uns nämlich die Innenseite für diese Kurve gibt. Let's go. Nicht aufgeben. Die Frage ist halt, ob das so clever ist. Das Duell erlaubt es für Russell nämlich ranzukommen. Neue Runde, neues Glück für Ghazli. So gut, wie das da außen jedes Mal geklappt hat, würde ich da gerne fast bleiben. So kann man nämlich auch viel, viel später bremsen als innen. Und läuft nicht Gefahr, Ghazli abzuschießen. Switchback. Ah, komm. Schön die Traktion irgendwie auf die Strecke bekommen. Das DAS konnten wir uns sichern, da wir am Messpunkt dahinter waren. Wo bremst man hier jetzt genau? Ich weiß es nicht. Das ist so schwer, das in der Kurve zu erkennen, wenn man innen ist. Aber es funktioniert erneut. Nächste Chance für Pierre. Hier auf Start und Ziel gibt er jetzt gar keine Ruhe mehr. Ist diesmal außen für Kurve 1. Oh, das könnte es jetzt gewesen sein. Oder gelingt es erneut? Alter, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt sein kann, dass wir immer noch davor sind. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber das sieht mal wieder eigentlich gut aus. Jetzt wird er auf dieser Grade natürlich ankommen mit dem DAS. Aber das haben wir auch vorhin schon mal erlebt. Und da war es echt gut zu verteidigen. Ja, das ist machbar. Rechtzeitig anbremsen. Und dann hält Gasly da nochmal mit oder nicht? Ah, der hält nochmal mit. Sichert sich die Innenseite für diese Kurve hier. Was für ein geiles Duelle. Über mehrere Runden jetzt schon gegen einen Fahrer. Das ist echt genial. Und wieder einmal schafft er es nicht vorbeizukommen. Das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Mittlerweile ist Russell auch schon dran. Und wenn es so weiter geht, dann schließt auch noch Zunoda auf. Und dann kann es ganz bitter werden. Dann wird es entweder Platz 2 am Ende, wenn es gut läuft. Aber es kann auch sogar Platz 5 werden. Wenn nicht sogar noch schlechter Zunoda hat nämlich einige Jungs im Schlepptau. Das werden spannende letzte Runden. Und wieder Gasly hier auf Start und Ziel mit einem Versuch. Vermute mal, das wird in den nächsten Runden jetzt immer so aussehen wie in den letzten Paar auch schon. Come on, aber viel ist es nicht mehr. Nur noch zwei nach dieser hier. Natürlich gibt es aber auch in dieser Runde nochmal eine Chance für Gasly auf der zweiten DAS gerade. Allerdings ist das alles machbar. Der probiert halt immer dasselbe. Das ist bei der KI irgendwie voll vorhersehbar. Man weiß halt genau, was er machen wird. Und kann das dann dadurch echt ganz gut verteidigen. Da kommt halt nichts Überraschendes mal oder so. Boah, die Pace im Mittelsektor ist gar nicht so schlecht. Sechszehntel Vorsprung hier jetzt. Das bringt nicht viel, weil Pierre jedes Mal mit dem DAS hier wieder angeschossen kommt. Und ich wollte damit einfach nur sagen, dass es nicht so ist, als würden wir hier total um die Strecke schleichen ohne jegliche Pace. Das ist schon akzeptabel im Mittelsektor. Wenn auch natürlich nicht ganz so schnell wie die Jungs hier. Die aber auch frische Reifen haben. Somit ist es kein Wunder. Ja, wieder haargenau dasselbe. Und nun mischt sich Russell ein. Oh ja, macht das ruhig mal da hinten. Macht das ruhig mal. Sehr, sehr gerne. Das war spät von Gasly. Wow. Was wollte der denn da versuchen? Sollte das noch mal ein Konter werden? Oder war das einfach so zum Verteidigen vor Russell gedacht? Ich weiß es nicht. Onboard einfach mal mit George. Der hatte einen guten Blick auf die Aktion. Ja, ich weiß nicht. Komische Linie von Gasly. Die wird ihm jetzt auf jeden Fall ein Problem geben gegen den Mercedes. Oder auch nicht. Dahinter geht es aber ganz schön zur Sache. Die Jungs lassen sich jetzt gegenseitig nicht in Ruhe. Das ist sehr, sehr schön. So können wir uns ein wenig absetzen. Letzte Runde des Rennens gleich. Jetzt mache ich mir noch nicht so Sorgen. Ich glaube, das können wir noch verteidigen gegen Gasly, oder? Ja, der kommt doch schon gut angeschossen. Ich glaube, das ist machbar. Schwierig wird es dann in dieser letzten Runde auf Start und Ziel. Da kann er nämlich einfach vorbeifahren mit dem DRS. Und dann kommt die Ziellinie ja mitten auf der Gerade schon. Wodurch es schwierig wird zu kontern, wenn Gasly es gut macht. Um nicht zu sagen, unmöglich. All die harte Arbeit dieser letzten paar Runden könnte jetzt fast zunichte gemacht werden. Wenn Pierre da einfach ganz easy vorbeizieht. Die Runde war so gut, wie es nur irgendwie noch geht mit diesen Reifen. Ja, und jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand. Okay, die paar Kurven noch. Die müssen normal gelingen. Und dann kann man jetzt nur noch Vollgas geben. Einmal können wir vielleicht noch irgendwie die Seite switchen, um ein bisschen zu versuchen zu verteidigen. Aber das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. Ja, Platz 2. Ich freue mich über diesen zweiten Platz, weil das hart erkämpft war jetzt am Ende. Aber an sich ist es nicht so gut. Norris gewinnt, obwohl wir auf der Pole standen. Holt sich auch die schnellste Runde. Der hat das von vorne bis hinten dominiert. Das war einfach zu langsam in diesem Regen am Anfang. Echt bitter. Das sind wieder Punkte, die verloren gehen auf Norris. Die eigentlich nicht hätten sein müssen. Boah, 26 Sekunden Vorsprung waren es am Ende für Lando. Aber klar, der musste sich nicht duellieren. Der hatte die frischeren Reifen am Ende. War im Regen super stark und konnte somit einfach sein Ding machen da an der Spitze. Ärgerlich, aber hey, so ist es. Das muss man einfach so hinnehmen. Es sind sechs, nein, acht Punkte, die wir verlieren auf Norris. Der wird seinen Vorsprung in der WM ausbauen. Aber der ist immer noch einholbar. Wir haben immer noch sieben Rennen vor uns in dieser Saison. Und somit nicht aufgeben. Es kommen auch noch einige starke Strecken auf jeden Fall. Ich denke da vor allem an Spa zum Beispiel. Da waren wir noch nicht in dieser Saison. Somit ist definitiv noch nichts verloren. Aber das letzte, vor allem das letzte Wochenende in Brasilien, das tut immer noch so ein bisschen weh, muss man sagen. Wenn man jetzt auf die WM schaut, 26 Punkte Rückstand nun auf Norris. Und in der Konstrukteurs-WM, da bleibt es leider bei Platz 3. Es fehlen aber nur noch zwei Zähler jetzt auf Ferrari. Schumacher übrigens mit so einer Latifi-Performance hier in diesem Rennen. Das war jetzt noch nicht so das Wahre. Wird hoffentlich beim nächsten Mal dann besser. Das war's. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein. Und ciao.